Hallihallo, Hallöchen, hier bei Hildegards Gastzock auf Nick Rums Channel und ihr seht Folge 2 zu Lieber. Dann hören wir mal zu, was er zu erzählen hat. Jetzt erstmal einen ordentlichen Schluck Mineralwasser. Ich habe jetzt auf der Arbeit gearbeitet. Ich war auf ein Projekt und ich war ein Material für mich, das mein Kollege hat mich für mich. Er spezialisiert in den Topik ich mich interessiert in. Und dann? Das Buch. Ich weiß nicht, wo es kam. Von einem Excavation, ich glaube. Ich habe es gesehen, wie ich mich auf der Nose war. Es war ein strange Schmerz. In fact, alles über das Buch war strange. Es war wie es vibraten, wenn ich es hatte. Ich fühlte es. Ich fühlte es schmerzhaft. Dann habe ich mich überrascht. Und als ich hier kam, war ich hier. Jetzt eine wunderschöne Frage. Welche Jahr war es? Welche Jahr? 20, natürlich. 1920? Nein, 2020. Ich werde ein Scheiße sein. Was ist es? Warte, das sollte nicht passieren. Bereit, wir gehen. Hat die Taube ihn jetzt gewarnt? Er kann die Sprache wohl nicht. Okay, also sie haben sich gerade darüber ausgetauscht, welches Jahr das war, bevor er dann in das Buch reingezogen wurde oder dank des Buches verschwunden ist. Wir nehmen mal wieder die Steine und helfen ihm. Geht das? Ja, und scheinbar weiß er mehr darüber, aber er wollte es uns jetzt noch nicht verraten. Tja, da waren wir wohl ein bisschen langsam. Ähm, noch mal. So. So viel gelabert, ha? Ich bin wieder auf dabei. So. 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 Das sind schon wieder kleine Steine. Aber wieso kann ich ihm nicht einfach eins auf den Meckel hauen? Das wäre doch einfacher, oder? Okay. Hey! Gar nicht übertrieben. Gut, also wir wissen einfach nicht, wie man kämpft, deswegen konnten wir gerade nur Steine werfen. Start of Training. Gut, probieren wir mal. Mit der rechten Maustaste können wir hier blocken. Ah, aber er nimmt den Block wieder runter, das heißt, es ist wahrscheinlich schon eine Timing-Frage. Man kann nicht einfach durchblocken, oder? Okay, jetzt kann ich eh gar nicht blocken. Ich kann ihn jetzt auf die Nuss hauen. Ah ja, er kann es auch nicht dauerhaft. Let's see what you've learned. Come on, attack! Nice, very nice. Oh, fuck. That's it! Keep going! Oh, no! Habt ihr gesehen, wie ihm die Brille vom Gesicht geflogen ist? Ah, okay. Ah, jetzt können wir wieder nur blocken? Das schneide ich mal kurz. Come on, attack! Nice! Very nice! That's it! Keep going! Oh! Yay! Hahaha! Haben wir es doch noch geschafft! Nick Rhodes heißt der gute Mann Aber mehr will er uns wohl nicht erklären Noch ein Schluck Mineralwasser Wir warten um den Stagecoach One of my guys in the post office had told me they had some kind of problem And soon, they'd send out an important secret package Something seriously goddamn important We didn't know what the security would be like But we knew they'd make it look like they were transporting posts, cards, love letters, and a bunch of other crap Then we saw the wagon The horses, the color, everything matched the description We put Margaret in the middle of the road It's an old trick, but it works like a spell They either want to save her, or save her and then screw her Who knows Then we got to work Right after Margaret slit one of these assholes' throats I'll clean them up Now I need to look around the stagecoach But suddenly I realized There was someone in the stagecoach Wir sind hier gerade in der Vergangenheit von Nick Rhodes Und scheinbar rauben wir gerade eine Postkutsche aus Und er hat gerade bemerkt, dass wohl noch jemand in der Postkutsche ist Seine Partnerin hat hier ja schon einen massakriert Jetzt liegt es wohl an uns, die restlichen Herrschaften zu massakrieren So Oh Wieso bin ich denn da so schön aufgestanden? Treffer Okay, schön, dass ich ihn treffe, aber er mich nicht Oh, was ist jetzt passiert? Haha So, dann schauen wir mal da rein Ah ja Elegant Er kann nicht mal lesen Er regt sich ein bisschen auf, dass da nur Bücher drin sind Kann man nicht vielleicht noch irgendwas hier Die Pferdchen Nö, hier gibt es scheinbar sonst nichts zu tun Okay, wir jagen jetzt Aber was ist denn mit den Pferden? Können wir die nicht erst freilassen? Die werden doch mit hochgejagt, oder? Na gut, schauen wir mal Oh, da fliegen die Pferde Oh, ist das weit geflogen? Oh, da fliegen die Pferde Oh, ist das weit geflogen? Und meine Pferde Die sind wie gelb Und alles ging schwarzen Was in der Hölle? Ihm ist also genau das gleiche passiert, okay Oh, er kommt wohl aus dem Jahr 3020 Oh, er kommt wohl aus dem Jahr 3020 2020? Ja, ich weiß es. Ich bin ein Historiker Oh, 2020, ich glaube, Dinge müssen da ziemlich anders sein Okay Wir wollen jetzt Feuerholz sammeln Freundlich, dass er uns hilft Nicht? Drei Stück brauchen wir Okay Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Das ist kein Horrorspiel, oder? Da ist noch ein Ast Nein, die Wölfe haben mich nicht erwischt Der hockt da und trinkt sein Mineralwasser Ähm Es ist kein Horrorspiel, oder? Was Was ist denn das? Das ist eine Frau? Sieht er das gar nicht? Was hatten die im Gesicht? Okay Okay Sie hat ein Stück Holz hinterlassen Okay, wie gruselig Sollte die uns jetzt auf irgendwas hinweisen? Oh, das sieht schon cool aus Hm Ähm Oh, mich schüttelt's Okay Drei Stück Sollte doch hoffentlich reichen Das Bedürfnis nochmal Das Bedürfnis nochmal Nach hinten zu gucken Das Bedürfnis nochmal nach hinten zu gucken Wieso war denn die jetzt da? Wieso war denn die jetzt da? Und was macht dieses Tierchen hier? Okay Okay Das sollte genug sein Give it here Give it here Let me finish You're good at making campfires Nicely done Anyway We'll stay here for three days We'll stay here for three days Then everything will be reset And we'll be back in the village I've been existing like this for a long long times Every damn time I wake up in the same stable I've killed thousands of people And slept with thousands of women And slept with thousands of women Maybe not just women I don't remember I'm losing my mind here And now you're here Things will change We'll find that book I promise you You and I will get it Okay Also er sagt Wir bleiben jetzt drei Tage hier Georgina, wer ist Georgina? Ja Also scheinbar sind wir in einer Zeitschleife Und ähm Er sagt Er wacht immer nach einer Zeit X So hab ich das verstanden Wieder in diesem gleichen Stall auf Und dann geht's wohl von vorne los Now we're gonna get an interview with the biggest fun sponge in town Alex Green How do you feel about graduating from college? Do you feel like an adult now? If this is some kind of prank You need to stop now I'm scared Maybe I could just leave Just run away But I don't have the strength And only 70% batteries left Tomorrow Maybe tomorrow Also er hofft, dass er eigentlich nur veräppelt wird Und er hat jetzt nicht die Kraft da einfach weg zu gehen Und er hat nur noch 70% Akku Und ähm Okay Ähm Ähm Bedeutet das, wir sind hier schon viermal gestorben in unserer Zeitschleife, oder? Oh 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 Mann Okay Vielleicht waren wir das auch gar nicht Nein 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 Wir versuchen die anderen Die anderen Okay Den Stein hat er jetzt grad weggeworfen Wir haben doch jetzt noch die Knochen, oder? Das ist ein sogenanntes Knochen-Schloss Nick Hallo, Nick Hallo, Nick Ähm Was ist das hier denn für ein Massaker? Hey, solche Käfige habe ich schon mal in der Diskothek gesehen Entschuldigung, in einem Club Wahrscheinlich den Weg runter, oder? Was sind denn das hier eigentlich für seltsame Schädel? Das ist ja kein Ach, sind das Tierschädel und der Unterkiefer Den hat man da oben eingehängt? Wie wunderschön Es sieht sehr einladend aus Nick, Nick Hallo, Nick Wackel mal nach rechts, wenn du Nick bist Nee Sollten wir das tun? Scheint kein Problem zu sein Dann ist er bestimmt in einem der Häuser hier Was sind denn das für Geräusche? Was sind denn das für Geräusche? Was ist das für Geräusche? Oh Oh Nick gesagt, das sei Teil des Rituals, dass ich... Ah, jetzt geht's. Dass ich ausbrechen durfte, um ihn zu befreien und das ist hier nur Theater und für die ist das ein Spiel. Für wen auch immer. Yo! Die haben aber Waffen. Okay, man kann rollen. Gut, probieren wir es einfach mal. Oh Gott! Ah, was ist das? Oh. Oh, wenn... Oh. 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 Okay. Ich blocke mit meinen nackten Unterarmen eine Axt. Praktisch. Ah, schön, dass er auch mal kämpft. Oh. Praktisch. Kann ich von hinten auch ihn... Ah ja. Ja. Zwei gegen eine ist eigentlich schon ein Tees. Na toll. So. Was? Oh, da ist ja noch einer. Oh, der ist aber größer als die anderen, oder? Ich bleib einfach hier. Mutig oder dumm? Ich bin mir nicht sicher. Ist das gemein? Okay, ich glaube, das war wirklich Dusel. Who are they? Local cannibals. What do they want from us? Take a guess. Oh, right. Anthropologie? What? Ritual cannibalism. Ho, 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 ho. There you are, my love. Wait, no. Stop, 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 stop. That's enough. I mean, they won't bother us anymore. Please, put your gun away. Don't be pathetic. If you're gonna behave like this, we'll never get that book. Pull yourself together. Also, sie wollen wohl unbedingt dieses Buch kriegen. Und scheinbar weiß er ja auch, dass er die Möglichkeit hat, das zu kriegen. Können wir seine Waffe haben? Nein? Schade. Okay. Was quietscht denn da so? Hätte ich jetzt noch die anderen Häuser looten sollen? See what? Wir sollen den Käfig bewegen. Können wir nicht einfach so drüber springen? Das war nicht sehr elegant. Ja, komm. Das schaffst du. Gib dir Mühe. Yay! Tschüss. Ciao, Nick. Bis später. Und da ist er, der perfekte Moment für einen Folgenwechsel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und schaut zur dritten Folge wieder rein. Ich danke euch. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.